Wir kommen damit zu Tagesordnungspunkt 1, die mündliche Fragestunde in der zweiten Sitzenden Nachsitzung. Wir beginnen mit der Frage 508, Herr Kollege Bellino. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich frage die Landesregierung, wie sie zehn Jahre nach ihrer Einrichtung die Bedeutung des Krisenstabs der Landesregierung einschätzt und bewertet. Gibt es hier jemanden, der den Lautsprecher lauter stellen kann? Denn der Kollege Bellino, der sonst immer zu hören ist, war kaum zu hören. Wir haben die Frage gelesen, ich lasse sie zur Beantwortung zu. Das Wort hat der Innenminister. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Abg. Bellino, seit 2005 bildet der Krisenstab der Hessischen Landesregierung die Spitze des Krisenmanagements in Hessen. Er führt die polizeiliche und nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr zusammen und trifft bei Terroranschlägen, Katastrophen, Großschadenslagen und Verletzungen kritischer Infrastrukturen landesweit bedeutsame Entscheidungen. Hessen ist in den vergangenen zehn Jahren zum Glück von Großschadenslagen und landesweiten Katastrophen verschont geblieben. Die Einrichtung des Krisenzentrums wurde jedoch genutzt, um Einheiten des hessischen Katastrophenschutzes beim Hochwasser an der Oder im Jahr 2010 bei ihrem ersten Auslandseinsatz anlässlich der Eiskatastrophe in Slowenien 2014 und aktuell bei der Unterbringung der Asylsuchenden und Flüchtlinge zu koordinieren. Der Krisenstab hat zudem bereits mehrere länderübergreifende Übungen absolviert. Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass es sich bei der Einrichtung des Krisenstabs um eine äußerst sinnvolle Maßnahme gehandelt hat, die sich bereits in der Vergangenheit bewährt und auch zukünftig weiter bewähren wird. Es ist ein wichtiger Baustein für die Sicherheit in Hessen. Zudem war und ist es bundesweit einmalig. Hessen ist mit dem Krisenstab der Landesregierung gut für den Ernstfall gewappnet. Nächste Frage, Frage 509, Herr Abg. Bauer. Ich frage die Landesregierung, wie viele verdachtsunabhängige Kontrollen hat die hessische Polizei 2015 durchgeführt? Herr Innenminister. Im Jahr 2015 wurden bei insgesamt 131.108 Kontrollen 254.508 Personen und 163.398 Fahrzeuge kontrolliert. Zusatzfrage, Herr Abg. Bauer. Welche Fahndungserfolge wurden dadurch erzielt? Herr Innenminister. Im Jahr 2015 kam es zu 6.880 Festnahmen und 13.763 eingeleiteten Ermittlungsverfahren mit 12.315 Tatverdächtigen, bei denen allein in 4.904 Fällen Betäubungsmittel sichergestellt wurde. Von den 12.315 Tatverdächtigen waren ein bisschen über 50 % Nichtdeutsche. Dabei hatte der überwiegende Teil der ausländischen Tatverdächtigen den Wohnsitz im Inland. Keine weiteren Zusatzfragen. Dann kommen wir zu Frage 510, Herr Abg. Klein-Freigericht. Ich frage die Landesregierung. Ist nach Ihrer Auffassung das Programm qualifizierte berufspädagogische Ausbildungsbegleitung in Berufsschule und Betrieb zur Behinderung von Ausbildungsabbrüchen auch geeignet, eine erfolgreiche Integration junger Flüchtlinge in eine berufliche Erstausbildung zu unterstützen? Herr Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, das Programm qualifizierte berufspädagogische Ausbildungsbegleitung in Berufsschule und Betrieb, kurz QUAPP, ist ein Qualifizierungsprogramm, mit dem sehr gute Ergebnisse zur Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen erzielt wurden und werden. QUAPP setzt frühzeitig bei Problemen an, die während der Ausbildung entstehen können, und erarbeitet gemeinsam mit den Auszubildenden, Betrieben und Berufsschulen Lösungen. QUAPP ist grundsätzlich auch geeignet, um eine erfolgreiche Integration junger Flüchtlinge in eine berufliche Erstausbildung zu unterstützen. QUAPP ist allerdings nicht auf eine dauerhafte Begleitung während der gesamten Ausbildung angelegt. Um gezielt auf die speziellen Bedürfnisse von Flüchtlingen in der Ausbildung eingehen zu können, wird zurzeit eine zusätzliche Begleitstruktur für die Berufsorientierung, Qualifizierung und Ausbildung im Rahmen des Programms Wirtschaft integriert, gemeinsam mit der Arbeitsverwaltung und den Kammern entwickelt. Am Anfang der Förderkette in diesem Programm steht die dreimonatige Phase der Berufsorientierung. Rund 1.000 Plätze für Berufsorientierung mit Sprachförderung werden 2016 mit Beteiligung der Bildungszentren des Handwerks zur Verfügung stehen. An die Phase der Berufsorientierung schließt sich die sechs bis zwölf Monate dauernde Einstiegsqualifizierung an. In Ausbildungsbetrieben leisten die teilnehmenden Praktika und werden dabei sozialpädagogisch und sprachlich begleitet und auf den Ausbildungsbeginn den dritten Baustein der Förderkette vorbereitet. Der dritte Programmteil wird im Herbst 2016 mit bis zu 20 Ausbildungsbegleiterinnen und Ausbildungsbegleitern an den Start gehen. Die dafür vorgesehenen Ausbildungsbegleiterinnen und Ausbildungsbegleiter sollen über die für diese Arbeit erforderlichen interkulturellen Kompetenzen verfügen und hessenweit zur Verfügung stehen. Sie werden innerhalb von Wirtschaft integriert. Sowohl junge Flüchtlinge in betrieblicher Ausbildung als auch die ausbildenden Betriebe während der gesamten Ausbildung beratend begleiten. Die Ausbildungsbegleitungen werden in den Berufsbildungszentren der Kammern auf die jungen Flüchtlinge zugehen und bei der Kontaktaufnahme mit den Betrieben helfen. Es wird damit eine zusätzliche Stütztruktur im Rahmen des Programms wirtschaftsintegriert aufgebaut, die QUAB im Hinblick der sich aktuell stellenden Integrationsaufgabe bedarfsgerecht ergänzt. Zusatzfrage, Herr Abg. Klein. Herr Minister, teilen Sie meine Auffassung, dass der erfolgreiche Einstieg in eine Berufsausbildung gerade für junge Flüchtlinge von elementarer Bedeutung für deren weitere Lebensplanung und erfolgreiche Integration in unserer Gesellschaft ist? Herr Staatsminister Al-Wazir. Das teile ich absolut. Ich möchte hinzufügen, wir haben die Situation, dass ungefähr 80 % derjenigen, die dauerhaft bei uns bleiben, über keine qualifizierte Berufsausbildung verfügen, aber wir haben gleichzeitig die Situation, dass diese Leute vergleichsweise sehr jung sind, also die klassischen Kandidaten auch für eine berufliche Ausbildung, und genau daran arbeiten wir jetzt. Frage 511, Frau Abg. Wolf. Ich frage die Landesregierung, durch welche Maßnahmen und Programme stärkt sie die praxisnahe Forschung an den fünf hessischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften? Herr Wissenschaftsminister Rhein. Verehrte Frau Abg. Wolf, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Hessische Landesregierung hat sich die Stärkung der Forschung an jetzt Hochschulen für angewandte Wissenschaften auf die Fahnen geschrieben. Das kann man auch sehr intensiv der Koalitionsvereinbarung von 2014 bis 2019 nehmen. Sie hat das aber auch prominent in dem unterzeichneten Hessischen Hochschulpakt 2016 bis 2020 verankert. Die Förderung erfolgt auf verschiedenen Ebenen und durch verschiedene Programme. Ich will drei besonders hervorheben. Das eine ist natürlich das im Hessischen Hochschulgesetz jetzt eingeräumte Promotionsrecht für forschungsstarke Bereiche von Fachhochschulen. Das gibt es sonst nirgendwo und ist aus meiner Sicht eine der wichtigsten Änderungen des letzten Hessischen Hochschulgesetzes gewesen, um Fachhochschulen auch in diesem Gebiet intensiv zu unterstützen und zu stärken. Ein zweiter Punkt ist die Stärkung der Forschung an den Fachhochschulen über den Hochschulpakt 2016 bis 2020 direkt. Und zwar haben wir in den jeweiligen Zielvereinbarungen zwischen den fünf hessischen HAWs und dem Land festgehalten, dass jede der fünf HAWs zusätzliche 4,5 Millionen € über fünf Jahre erhält. Das sind insgesamt 22,5 Millionen € als eigenes Forschungsbudget bei Fachhochschulen. Das ist schon, wie ich finde, eine beachtliche Summe. Die HAWs können diese Mittel nutzen, um Personal einzustellen, um Labore besser auszustatten oder auch, um Promotionsplattformen aufzubauen. Auch das gibt es nirgendwo so, wie es das jetzt in Hessen gibt. Neben dieser gezielten substanziellen Stärkung der Forschungsbasis der hessischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften setzen wir das Programm Forschung für die Praxis vor. Das ist ein bewährtes Programm. Es ist seit 2008 mit Mitteln der Landesregierung unterstützt und ist Teil der Forschungskampagne der fünf hessischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Bei dem Programm handelt es sich um ein wettbewerblich ausgestaltetes Forschungsförderprogramm. Basierend auf jährlichen Ausschreibungen werden im Rahmen einer Juriesitzung ca. 10 bis 12 praxisorientierte Forschungsprojekte zur Förderung ausgewählt. Die einzelnen Projekte werden dabei für zwölf Monate mit bis zu 35.000 € und Kooperationsprojekte mehrerer Fachhochschulen mit bis zu 70.000 € gefördert. Die Kampagne umfasst neben dem direkten Forschungsförderprogramm noch einen alle zwei Jahre auszulobenden Forschungspreis für besonders erfolgreiche praxisrelevante Forschungsprojekte der hessischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Diese Forschungskampagne wird als dritte Säule seitens des hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst im Zeitraum 2008 bis 2020 mit insgesamt 6,25 Millionen € unterstützt. Das zeigt meines Erachtens sehr deutlich, dass wir die Stärkung der Forschung an Fachhochschulen intensiv angepackt haben und auf das wir heute Abend im Rahmen des Parlamentarischen Abends mit den Hochschulen für angewandte Wissenschaften auch kräftig anstoßen sollten. Nächste Zusatzfrage, Frau Dr. Sommer, bitte schön. Sehr geehrter Herr Minister, praxisnahe Forschung hat ja auch immer etwas mit dem Wissenstransfer zu tun. Deswegen meine Frage noch einmal. Wie fördern Sie denn den Transfer wissenschaftlicher Kenntnisse in die Praxis? Welche Förderinstrumente gibt es hochschulübergreifend und interdisziplinär? Herr Staatsminister Rhein. Da gibt es so viele im Rahmen der Hochschulautonomie gewachsene erfolgreiche Maßnahmen, wenn ich sie jetzt aufzählen sollte, zumal ich sie auch nicht aus dem Kopf auszählen könnte. Das kann ich Ihnen alles auflisten. Sie sind sehr intensiv, sehr stark und sehr erfolgreich. Die Uni Kassel beispielsweise hat hier ein großartiges Programm aufgelegt. Aber das gibt es beispielsweise auch an der Goethe-Uni. Aber das kann ich Ihnen gerne auflisten. Wie gesagt, auswendig kann ich Sie Ihnen nicht nennen, weil Sie einfach zu umfangreich sind. Aber das läuft natürlich im Rahmen der intensiven Förderung über den Hochschulpakt 2016 bis 2020. Sie kennen ja die Zahl 9 Milliarden €, die wir für die nächsten fünf Jahre investieren. Dann ist die höchste jemals dagewesene Summe, die den Universitäten und den Hochschulen insgesamt in Hessen zur Verfügung steht. Dann kommen wir jetzt zur Frage 512, Herr Abg. Greilich. Ich frage die Landesregierung, ob sie plant, zur Ergänzung der polizeilichen Kriminalstatistik eine Dunkelfeldstudie durchzuführen, wie es sie beispielsweise in Niedersachsen gibt. Herr Innenminister Beuth. Herr Abgeordneter, die Einbeziehung wissenschaftlicher Expertise in die Arbeit der Sicherheitsbehörden ist seit Jahren gelebte Praxis im Bund und in den Ländern. Da die polizeiliche Kriminalstatistik nur das polizeilich bekannt gewordene Hellfeld der Straftaten abbildet, können Dunkelfeldstudien ergänzend dazu beitragen, den Blick auf die Sicherheitslage zu verbessern. Vor dem Hintergrund wird die Dunkelfeldstudie des Landeskriminalamtes Niedersachsen Befragung zur Sicherheit und Kriminalität in Niedersachsen 2015 und die Bereitschaft, diese Erkenntnisse bundesweit zur Verfügung zu stellen, ausdrücklich begrüßt. Diese Studie ist natürlich auch der hessischen Polizei bekannt. Die Ergebnisse fließen in die Arbeit der Experten der Polizeipräsidien beim Hessischen Landeskriminalamt und im Landespolizeipräsidium sowie in die Aus- und Fortbildung ein. Die Implementierung einer repräsentativen Dunkelfelduntersuchung auf nationaler Ebene war in Form des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanzierten Verbundprojektes Barometer Sicherheit in Deutschland bereits im Jahr 2012 umgesetzt worden. Daran hat sich auch die hessische Polizei damals beteiligt. Die Durchführung einer eigenen Dunkelfeldstudie in Hessen ist vor dem Hintergrund der vorliegenden aktuellen Studien derzeit nicht geplant. In dem bereits erwähnten Projekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung war mit dem deutschen Viktimisierungs-Survey 2012 eine in dieser Form und in diesem Umfang bislang in Deutschland nicht durchgeführte bundesweite Dunkelfeldbefragung von 35.000 Personen unter anderem zu Opfererlebnissen, zum Sicherheitsgefühl bzw. zur Kriminalitätsfurcht und zum Anzeigeverhalten durchgeführt worden. Ein Vorteil einer bundesweiten Dunkelfeldforschung ist die mögliche Vergleichbarkeit zwischen den Bundesländern. Dazu weist die Studie aus, dass sowohl beim Opferrisiko als auch bei der Inzidenz von Viktimisierungen deutliche regionale Unterschiede hinsichtlich allgemeiner und deliktsspezifischer Kriminalitätsfurcht zu verzeichnen sind. Aufgrund der gewählten Methodik können auch schwere und daher eher seltene Straftaten verlässlich abgebildet werden und weiterhin Kriminalitätsanalysen für kleinere Räume durchgeführt werden. Von der Studie können sowohl konventionelle Kriminalitätsformen wie etwa Eigentumsgewalt oder Betrugskriminalität, aber auch neue Kriminalitätsformen, unter anderem Cyberkriminalität, die Integration von Sicherheitslagen und Sicherheitsempfinden sowie die Überprüfung von Theorien abgedeckt werden. Darüber hinaus führen wir insbesondere im hessischen Informations- und Kompetenzzentrum Extremismus beispielgebend eigene Studien durch und initiieren bundesweite Studien. Erwähnen möchte ich hier insbesondere die Studien Radikalisierungshintergründe und Verläufe von 23 Syrien-Ausreisenden aus dem Rhein-Main-Gebiet des HKE aus dem Jahre 2013 oder Analyse der den deutschen Sicherheitsbehörden vorliegenden Informationen über die Radikalisierungshintergründe und Verläufe der Personen, die aus islamistischer Motivation aus Deutschland in Richtung Syrien ausgereist sind, eine Studie von BKA, BFV und HKE aus dem Jahre 2014 und eine 2015er Analyse, Analyse der den deutschen Sicherheitsbehörden vorliegenden Informationen über die Radikalisierungshintergründe und Verläufe der Personen, die aus islamistischer Motivation aus Deutschland in Richtung Syrien oder Irak ausgereist sind. Zusatzfrage, Herr Abg. Kreilich. Herr Minister, Sie haben eben selbst darauf hingewiesen, dass es nach den vorliegenden Ergebnissen durchaus starke regionale Unterschiede in den verschiedenen Kriminalitätsbereichen festzustellen gibt. Ich frage deshalb, was Sie von der Einschätzung halten, dass insbesondere bei den Besonderheiten etwa im Rhein-Main-Gebiet, die sich deutlich von Niedersachsen unterscheiden, doch eine hessische Untersuchung, eine hessische Dunkelfeldstudie Sinn machen würde. Herr Staatsminister Beuth. Ich habe ja gerade dargestellt, dass diese bundesweite Analyse die Gelegenheit gibt, dass man bei 35.000 Befragungen auch Deliktsbereiche dort mit betrachten kann, die eher gering ausgeprägt sind. Bei den Massendelikten ist das ja sozusagen eher einfach, dann auch zu regionalisieren, wenn man eine nur kleine repräsentative Menge von Menschen hat, die an einer entsprechenden Umfrage teilnehmen. Deswegen denke ich, dass wir mit der bundesweiten Analyse hinreichend Material bekommen, um sozusagen ein Bild zu bekommen und eine Vergleichbarkeit auch zwischen den Bundesländern. Daher bleibe ich dabei, dass wir eine eigene hessische Studie zunächst einmal nicht anstreben, sondern uns auf die Erkenntnisse, die bereits vorliegen, stützen. Frage 513, Herr Abg. Landau. Ich frage die Landesregierung. Sieht sie einen Bedarf, gesetzliche Verzinsungsregelungen wie beispielsweise die Verzinsung von Steuerforderungen aufgrund der aktuellen Niedrigzinsphase anzupassen? Herr Finanzminister Dr. Schäfer. Herr Kollege Landau, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die gesetzlichen Verzinsungsregelungen im Bereich des Steuerrechts, insbesondere die Verzinsung von Steuerforderungen in § 233 folgende der Abgabenordnung, aber auch die Verzinsung von Pensionsrückstellungen nach § 6a des Einkommensteuergesetzes stehen mit Fortdauer der Niedrigzinsphase zunehmend in der Kritik. Diese Kritik ist insofern berechtigt, weil diese Verzinsungsvorschriften einen konstanten Zinssatz unabhängig von der Marktlage vorschreiben. Das war in Zeiten, in denen es zwar auch Schwankungen beim Zinssatz gegeben hat, aber die sich immer deutlicher in der Nähe dieses Zinssatzes bewegt haben, zu vernachlässigen. In einer Phase, in der wir dauerhaft niedrige, zum Teil negative Zinsen haben, wird das natürlich zu Recht kritisiert, und zwar in beide Richtungen. Zum einen als zu hoher Zinssatz, der von Steuerpflichtigen verlangt wird für Steuernachzahlungen. Aber auch natürlich umgekehrt erleben wir gelegentlich Situationen, dass Steuerpflichtige es gar nicht mehr so eilig haben, ihren Steuerbetrag vom Finanzamt erstattet zu bekommen, weil 6 % Verzinsung kriegt man an anderer Stelle so nicht geliefert. Dass das möglicherweise auch für das Besteuerungsverfahren Fehlanreize setzt, glaube ich, brauche ich nicht länger zu erläutern. Gleichwohl, wenn Sie den Zinssatz einfach nur halbieren würden, da mehr Menschen im Finanzamt etwas schulden als umgekehrt wären, würde das Steuerausfälle von ungefähr 1,2 Milliarden € pro Jahr bedeuten. Sie wissen, dass wir uns auf der nationalen Ebene schon um weitaus geringere Beträge, sehr intensive Diskussionen geliefert haben und liefern. Deshalb haben wir vorgeschlagen, und ich glaube, das könnte eine gute Grundlage für die weitere Diskussion sein, ob man nicht künftig zu unterschiedlichen Zinshöhen kommt, unabhängig von der Frage, wer Zahlungsschuldner oder Gläubiger ist an dieser Stelle. Denn wir haben ja auch die Situation, dass wenn Sie Geld zu Ihrer Bank bringen, Sie immer niedrigere Zinsen bekommen, als wenn Sie von der Bank an der Stelle Geld leihen. Das wäre ein Paradigmenwechsel, aber es wäre eine sehr pragmatische Lösung, möglichst kurzfristig entsprechenden Betroffenen behilflich sein zu können, ohne dass gleichzeitig der Staat Steuerausfälle zu verzeichnen hat. Wir haben, wie gesagt, gerade die Diskussion mit dem Bund, aber auch zwischen den Bundesländern in dieser Thematik begonnen. Nächste Frage, Frage 514, Frau Abg. Löber. Ich frage die Landesregierung. Wie beurteilt sie die Gesundheitsgefahren für Verbraucherinnen und Verbraucher durch den Nachweis des Pestizids Glyphosat in deutschen Biersorten? Frau Staatsministerin Hinz. Die Landesregierung hat Verständnis für die Besorgnis der Verbraucherinnen und Verbraucher, die auf die Einstufung von Glyphosat als wahrscheinlich krebserzeugend für den Menschen durch die Internationale Agentur für Krebsforschung der WHO zurückzuführen ist. Diese Stellungnahme war der Auslöser für die auch derzeit noch anhaltende Diskussion in Wissenschaftskreisen zum krebserzeugenden Potenzial dieser Verbindung. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit und das Bundesinstitut für Risikobewertung, BFR, kamen zu dem Ergebnis, dass Glyphosat keine krebserregende Bedrohung für den Menschen darstelle. Das BFR hat sich in einer vorläufigen Einschätzung zu den gefundenen Gehalten von Glyphosat in Bier geäußert. Es sieht hier keine Gefahr für die Gesundheit der Verbraucherinnen und Verbraucher. Glyphosatrückstände in Bier seien aus wissenschaftlicher Sicht plausibel und auch grundsätzlich erwartbar, da Glyphosat ein zugelassener Pflanzenschutzmittel-Wirkstoff sei. Das BFR führt aus, dass selbst die höchsten aus den Medien bekannten Gehalte in Höhe von 30 Mikrogramm pro Liter Bier so niedrig seien, dass die hieraus rechnerisch resultierende Aufnahmemenge bei einem Erwachsenen mehr als tausendfach niedriger liegen würde als die derzeit als unbedenklich geltende lebenslänglich duldbare oder einmalig duldbare tägliche Aufnahmemenge. Um gesundheitlich bedenkliche Mengen von Glyphosat aufzunehmen, müsste ein Erwachsener demnach an einem Tag rund 1.000 Liter Bier trinken. Nach Meinung des BFR stellen diese Glyphosatgehalte nach dem derzeitigen Stand des Wissens daher kein gesundheitliches Risiko dar. Allerdings berücksichtigt das BFR bei dieser Berechnung keine weiteren möglichen Eintragspfade. Unter anderem deshalb sieht das Umweltbundesamt noch weiteren Forschungsbedarf. Nach dessen Auffassung besteht nämlich aufgrund der Einstufung der Agentur für Krebsforschung und des Nachweises von Glyphosat im menschlichen Urin allgemein die Erfordernis zur Verbesserung der Datenlage. Die Landesregierung hat keine eigenen Erkenntnisse, die der toxikologischen Bewertung des BFR in diesem speziellen Einzelfall entgegenstünden. Gleichzeitig hält sie eine Verbesserung der Datenlage ebenfalls für erforderlich. Dafür müssen die wissenschaftlichen Untersuchungen auf internationaler Ebene weitergeführt werden. Zusatzfrage, Frau Kollegin Löber. Vielen Dank. Wie beurteilt die Landesregierung, dass Glyphosat in Hygieneartikeln vom Hessischen Landeslabor bei Kontrollen gefunden wurde in der Mehrzahl der Stichproben deutlich oberhalb der bestehenden Grenzwerte? Frau Staatsministerin Hinz. Das zeigt auf der einen Seite, dass unsere Kontrollen gut sind, weil wir solche Eintragspfade und Wirkstoffe in Gebrauchsgegenständen erkennen. Auf der anderen Seite wird dadurch deutlich, wo der Wirkstoff Glyphosat überall drin ist. Deswegen halte ich es für notwendig, dass weitere wissenschaftliche Untersuchungen getätigt werden, um zu klären, auf welchem Pfad es tatsächlich Aufnahme im Körper gibt und auf welche Höhe der Grenzwert künftig festgelegt werden sollte, um vorsorgenden Gesundheitsschutz auch wirklich betreiben zu können. Frau Kollegin Löber, Zusatzfrage. Sind bei den Proben bzw. bei den Watte oder Wattepads die entsprechenden Produkte vom Markt genommen worden, wo die erhöhten Konzentrationen gefunden wurden? Frau Staatsministerin Hinz. Wir haben die entsprechenden Bundesländer, in denen der Sitz der Unternehmen ist, darüber in Kenntnis gesetzt und gehen davon aus, dass von den Bundesländern auch die Unternehmen entsprechend aufgefordert wurden, diese vom Markt zu nehmen. Besonders bedauerlich ist in dem Zusammenhang, dass es sich bei diesen Wattepads um biologisch ausgezeichnete Wattepads handelt. Das heißt, entweder gab es eine zusätzliche Täuschung der Unternehmen im Hinblick auf die Herkunft der Baumwolle oder es gab eine solche Abdrift im Hinblick auf die Baumwollherkunft, dass diese ökologisch produzierte Baumwolle in dem Maße der Bundesländer verunreinigt wurde. Das muss entsprechend von den jeweiligen Bundesländern geklärt werden. Danke. Das war die Frage 514. Nun die Frage 515. Frau Abg. Löbe. Ich frage die Landesregierung, wann erfolgt die Novellierung der Verordnung über Belegstellen für Honigbienen, damit Ordnungswidrigkeiten nach der erfolgten Änderung des Gesetzes zum Vollzug von Aufgaben in den Bereichen Landwirtschaft, der Landschaftspflege, der Dorf- und Regionalentwicklung und des ländlichen Tourismus endlich geahndet werden können? Frau Abg. Löber, die Landesregierung misst dem Belegstellenschutz der Honigbienen große Bedeutung zu. Deshalb wurde im vergangenen Jahr das Gesetz zum Vollzug von Aufgaben in den Bereichen der Landwirtschaft, der Landschaftspflege, der Dorf- und Regionalentwicklung und des ländlichen Tourismus geändert. Mit dem Gesetz vom 20. Dezember 2015 wurde die Ermächtigungsgrundlage für die Ahnung von Ordnungswidrigkeiten geschaffen. Auf dieser Rechtsgrundlage wird derzeit die Verordnung über Belegstellen in Abstimmung mit dem Imkerverband novelliert. Diese Verordnung ist dann die Grundlage für die Ahnung von Ordnungswidrigkeiten. Es ist allerdings vorgesehen, nicht nur dieses zu regeln, sondern die Verordnung insgesamt zu straffen und zu vereinfachen. Hierzu wurden bereits Stellungnahmen des Imkerverbandes und des LLH-Bieneninstituts als Vollzugsbehörde eingeholt, die bei der Novellierung berücksichtigt werden sollen. Am 15.04. hat die AVV darüber entschieden, und zwar positiv über den Vorentwurf der Verordnung. Am 18.04. begann die Abstimmung mit dem Justizministerium. Die ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Danach erfolgt die Beteiligung des Landesagrarausschusses als Berufsständischer Vertretung sowie des Landesverbandes Hessischer Imker als Fachverband, weil die dann noch einmal beteiligt werden müssen. Ich will damit eine größtmögliche Zustimmung für den Verordnungsentwurf erreichen. Nächste Frage ist Frage 518. Frau Löber hat nur die Nachfrage. Frau Löber, Sie brauchen nur die Hand sehen. Dann sehe ich Sie sofort. Dankeschön. Sie haben nicht die Hand gehoben. Deswegen bitte meine Entschuldigung. Sie haben das Wort. Dankeschön. Kann die Landesregierung einschätzen, wie lange dieser Prozess der Beteiligung, der sicherlich sinnvoll ist, noch dauert? Frau Umweltministerin. Nein, das kann ich nicht genau sagen. Es kommt darauf an, wie schnell sie sich zurückmelden. Das kann ich von jetzt ab schlecht sehen. Je schneller sie sich zurückmelden und wir das Ganze dann einarbeiten können, wenn die Stellungnahme umfangreich ist, umso schneller geht es dann in die Verordnung hinein, also in den Beschluss zur Verordnung. Wenn es überhaupt keine Notwendigkeit mehr für Rückmeldungen gibt, dann bekommen wir relativ schnell Fehlanzeige. Dann müssen wir nicht mehr überarbeiten. Das hängt also ganz davon ab, wie schnell die Verbände sind. Das war es. Dankeschön. Frage 518, Herr Abg. Landau. Ich frage die Landesregierung. Welche Haltung nimmt sie bei der Gewerbesteuer in Zurechnung von eingekauften Zimmerkontingenten der Reiseveranstalter mit Blick auf eine Entscheidung des Finanzgerichts Münster vom Februar dieses Jahres ein? Herr Finanzminister Dr. Schäfer. Herr Abg. Landau, das von Ihnen angesprochene Verfahren wurde immer als sogenanntes Musterklageverfahren in dieser Seite angesehen. Konkret geht es dabei um die Frage, ob insbesondere Pauschalreiseunternehmen, die von Ihnen gebuchten Hotelzimmer, die sich dann an Urlaubsreisende weitervermieten, so ist das Geschäftsmodell, bei der Gewerbesteuer als Mietobjekte berücksichtigen müssen oder nicht. Denn wenn es Mietobjekte sind und im Anderervermögen landen, gilt es am Ende entsprechende Hinzurechnungstatbestände, die Gewerbesteuer auf einen Mietertrag fällig werden lassen, der am Ende gar nicht erstet, sondern nur ein durchlaufender Posten ist. Die Hoffnungen, die viele der Beteiligten in dieser Entscheidung des Finanzgerichts in Münster gesetzt haben, haben sich nach der ersten Lektüre der Entscheidungsgründe jedenfalls nicht restlos bewahrheitet, weil der zugrunde liegende Sachverhalt wohl offensichtlich ein Stück weiter weg von dem ist, was dort die meisten anderen betroffenen Unternehmen für Streit gegenständlich halten. Deshalb läuft im Moment noch die Auswertung der Möglichkeiten, dort für Rechtsklarheit zu sein im Kreis von Bund und Ländern. Ich verhehle nicht, dass das Land Hessen in dieser Frage die Einschätzung versucht hat, auch in den bundesweiten Gremien zu prägen, dass dort gegebenenfalls gesetzgeberischer Handlungsbedarf nicht ausgeschlossen werden kann. Das war jetzt die für bundesweit tagende Gremien die größtmögliche mit diplomatischer Höflichkeit noch verwendbare Klarheit. Frage 521, Herr Abg. Tipi. Herr Präsident, ich frage die Landesregierung. Wie beteiligt sie sich beim Projekt zur Unterstützung der hessischen Ausländerbehörden? Herr Sozialminister Grüttner. Herr Abg. Tipi, eines der Anliegen der hessischen Landesregierungen im Bereich der Integrationspolitik ist die Förderung der interkulturellen Öffnung in allen Bereichen. Ein wichtiges Beispiel ist hier die Unterstützung der hessischen Ausländerbehörden. Diese sind gerade im Hinblick auf den aktuellen Zuzug von Flüchtlingen als zentrale Anlaufstelle besonders gefordert, um eine Kultur des Respekts und auch der Offenheit in Hessen zu vermitteln. Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration hat Ende 2015 mit finanzieller Unterstützung aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der Europäischen Union ein breit angelegtes Projekt zur Unterstützung der hessischen Ausländerbehörden hin zu einer stärkeren Serviceorientierung gestartet. Dafür standen 200.000 € zur Verfügung. Die Ausschreibung dieses Projektes stieß auf ein großes Interesse der Ausländerbehörden. Insgesamt sind sieben Projektstandorte ausgewählt worden. Das Projekt wird nun durchgeführt in den Städten Wiesbaden, Darmstadt, Offenbach und Gießen sowie in den Landkreisen Main-Kinzig-Lahn, Dill- und Bergstraßen. Das gemeinsame Ziel ist es, zukunftsfähige Behörden zu schaffen, die durch die Vernetzung mit anderen Ämtern, mit Partnern und Wohlfahrtsverbänden und Migrantenorganisationen sowie auch mit Partnern der lokalen Wirtschaft Beratung aus einer Hand anbieten. Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration, also die 200.000 aus Europa, beteiligt sich an der Finanzierung mit rund 100.000 und 12.000 € aus dem WIR-Programm. Das zweijährige Projekt ist eine Fortführung des Modellprojekts Ausländerbehörden-Willkommensbehörden des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge sowie des bereits zuvor vom Hessischen Integrationsministerium initiierten Netzwerk hessischer Ausländerbehörden. Im Rahmen des neuen Projektes wird über sieben Standorte hinaus das Netzwerk aller interessierten Ausländerbehörden weitergeführt. Herr Minister, ich hätte eine Zusatzfrage. Inwiefern ist denn in diesem Projekt auch mit berücksichtigt, dass die Ausländerbehörden in unterschiedlichen Sprachen die Neuzugewanderten, entweder Flüchtlinge oder Ausländer, beraten können, zumindest in den regulären EU-Sprachen plus Arabisch, weil das jetzt in letzter Zeit sehr oft angefragt wird, und Persisch. Also ist auch die unterschiedliche Beratung in unterschiedlichen Sprachen vorgesehen in diesem Konzept. Herr Staatsminister Grüttner. Frau Abgeordnete, das ist Bestandteil des Projekts. Dann komme ich zur Frage 522. Herr Abg. Reul. Wie fördert die Landesregierung den Abbau noch vorhandener Barrieren von Menschen mit Behinderungen in Hessen? Herr Staatsminister Grüttner. Herr Abg. Reul. Die Hessische Landesregierung fördert den Abbau von Barrieren durch umfangreiche Maßnahmen. Die sind unter anderem natürlich in dem hessischen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention festgehalten. In der ersten Fortschreibung, die am 1. Februar 2016 durch das Kabinett zur Veröffentlichung freigegeben wurde, lassen sich Maßnahmen in den verschiedensten Bereichen entnehmen. Das Spektrum reicht von der barrierenfreien Gestaltung öffentlicher Gebäude über die Ausweitung von Fortbildungsangeboten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Beratungsstellen bis hin zur Erweiterung der Prüfungs- und Studieninhalte bei einschlägigen Ausbildungszweigen. Im Auftrag der Hessischen Landesregierung wurde durch die Max-Planck-Stiftung ein Prüfleitfaden erarbeitet, der als Instrument zur Überprüfung der hessischen Gesetze und Verordnungen hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit der UN-Behindertenrechtskonvention dienen wird. Dem Normprüfleitfaden wurde in der Kabinettssitzung am 11.04.2016 zugestimmt. Darüber hinaus wurden und werden in insgesamt 15 Modellregionen in Hessen ausgewählte Aspekte von Barrierefreiheit und Inklusion erprobt. Derzeit sind elf Modellregionen aktiv, um in ihren Bereichen jeweils einen Schwerpunkt des Landesaktionsplans zum Thema Barrierefreiheit umzusetzen und damit ihren Beitrag zur Schaffung inklusiver Strukturen zu leisten. Die Themen reichen dabei von der Gestaltung von barrierefreien Angeboten im Bereich Kultur, Sport, Freizeit bis hin zur Erstellung barrierefreier Bescheide im Verwaltungsverfahren, aber auch der Gestaltung inklusiver Strukturen im Wohnumfeld. Auf der Grundlage von Zielvereinbarungen mit den kommunalen Gebietskörperschaften fördert die hessische Landesregierung die Modellregionen finanziell und stimmt sich fortlaufend über den Prozess und die Ergebnisse ab. Diese Modellregionen spielen heute und werden in der Zukunft noch eine stärkere Rolle bei der Beantwortung der Frage spielen, wie noch vorhandene Barrieren vor dem Hintergrund einer zunehmend vielfältigeren Gesellschaft abgebaut werden können. Ebenso bringt die hessische Landesregierung für einen Abbau von vorhandenen Barrieren von Menschen mit Behinderung Information und Kommunikation in leichter Sprache im Verwaltungsgeschehen voran. Hierzu wurden bereits einige Broschüren in leichte Sprache übersetzt. Zu nennen sind unter anderem das Betreuungsrecht, das Heimgesetz, die Familienkarte oder auch das Bildungsurlaubsgesetz. Weitere werden noch folgen und in der letzten Woche hat die Landesbeauftragte für Fragen für Menschen mit Behinderungen gemeinsam mit mir in einer öffentlichen Vorstellung einen Plan dargestellt, wie wir in den nächsten anderthalb Jahren mit verschiedenen Maßnahmen die Fragestellung von Barrierefreiheit und inklusiven Leben in Hessen auch noch weiter verstärken wollen. Wobei der Kernsatz an dieser Stelle ist, Inklusion ist nicht etwas, was nur Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen betrifft. Inklusives Leben geht die Gesellschaft insgesamt an. Zusatzfrage, Herr Abg. Löber. Ja, vielen Dank. Herr Minister, Sie haben eben schon die Verwaltung angesprochen, dass dort auch Barrieren abgebaut werden sollen. Wir haben letzte Woche mitbekommen, dass die Barrieren auch in Bundesbehörden beschlossen wurden. Wie sieht es denn in den Landesbehörden aus mit leichter Sprache, weniger Stufen, Angeboten in der Blindenschrift etc.? Herr Staatsminister Grüttner. Frau Abgeordnete, so wie ich es eben dargestellt habe, wir haben eine Reihe von bereits vorhandenen Verwaltungsangelegenheiten in leichter Sprache veröffentlicht. Seien es erst einmal die ursprünglich auch für die Menschen mit Behinderung geltenden einschlägigen Gesetzesvorhaben wie das Betreuungsrecht, das Heimgesetz, aber auch das Bildungsurlaubsgesetz und die Familienkarte als Angebot. Wir haben anlässlich der Bundestags- und Landtagswahl eine Wahlveröffentlichung in leichter Sprache herausgebracht und werden diese sukzessive ausbauen. Frage 523, Frau Abg. Geis. Ich frage die Landesregierung. Ist sie bereit, die Lehrerstellen, die im Bereich der Schulsportkoordinatoren zunächst gekürzt und jetzt offenbar wieder zurückgegeben werden sollen, den Schulsportkoordinatoren wieder direkt zuzuweisen? Herr Kultusminister Prof. Dr. Lorz. Frau Abg. Geis, die zur Verfügung stehenden Stellen sind und bleiben im Bereich der Schulsportkoordination. Die Darstellung, dass das Hessische Kultusministerium die Stundenzuweisung für die Schulsportkoordination gekürzt hätte, ist nicht richtig. Im Gegenteil wird die Zuweisung für die Schulsportkoordination erhöht. Bislang stand landesweit für den Bereich der Schulsportkoordination eine Stundenzuweisung im Umfang von rund elf Stellen zur Verfügung. Diese Zuweisung wird jetzt um ca. sechs Stellen auf ungefähr 17 Stellen erhöht. Das geschieht im Rahmen einer Neukonzeptionierung. Im Rahmen dieser Neukonzeptionierung wird die Stellenzuweisung der Schulsportkoordination zum kommenden Schuljahr umgestellt. Jede Koordinatorin und jeder Koordinator erhält künftig einen Anteil von 20 % einer vollen Lehrerstelle. Damit ist gewährleistet, dass für jede Person ein schulfreier Tag zur Vorbereitung und Durchführung schulsportlicher Wettbewerbe zur Verfügung steht. Parallel dazu werden zur Anpassung an die Verbundstruktur der Staatlichen Schulämter die bisherigen sechs Schulsportregionen in vier Schulamtsverbünde überführt. Pro Verbund wird eine halbe Stelle aus dem Gesamtstundenkontingent der Schulsportkoordination zur Verfügung gestellt, um aus den Reihen der Schulsportkoordinatoren eine verbundverantwortliche Person einzusetzen. Die Aufgaben des oder der Verbundverantwortlichen werden noch im Einzelnen festgelegt. Ziel ist es, mit diesen Personen eine deutliche Entlastung der einzelnen Schulsportkoordinatorinnen und Schulsportkoordinatoren zu erreichen und damit die Koordination und Durchführung schulsportlicher Wettbewerbe weiter zu erleichtern und zu unterstützen. Zusatzfrage, Frau Abg. Geis. Vielen Dank, Herr Minister. Die Zusatzfrage wäre, gibt es denn eine Übersicht, wie viele Stunden pro Jahr derzeit für die Arbeit der Schulsportkoordinatorinnen und Koordinatoren zur Verfügung steht und dann mit dem, was Sie hier als zusätzliche Stellen bezeichnen, ab dann pro Jahr an Stunden Kontingent zur Verfügung steht? Herr Kohl, Herr Minister. Frau Abgeordnete, wir können das sicherlich auch auf die Kommastelle genau aufschreiben. Aber vielleicht näherungsweise können Sie einfach sagen, bisher hatten wir ungefähr elf Stellen, sagen wir mal, a 26 Stunden, also wenn wir mal die Wochenstundenverpflichtung im Gymnasiallehramt zugrunde legen, und jetzt in Zukunft sind es eben 17 Stellen, auch wieder Pi mal Daumen a 26 Stunden. Zusatzfrage, Frau Abg. Geis. Das sind Stunden, die nur und ausschließlich der Schulsportkoordination stehen zur Verfügung. Okay, gut. Okay, danke. Dann komme ich zu § 524, Frau Abg. Waschke. Ich frage die Landesregierung. Wie ist der Sachstand der Machbarkeitsstudie zur Sanierung und bauliche Ertüchtigung der ehemaligen Kasernenanlage auf der Wasserkuppe? Frau Abgeordnete, der Landkreis Fulda hat mit Unterstützung des Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz eine Machbarkeitsstudie für die Sanierung und bauliche Ertüchtigung der ehemaligen Kasernenanlage auf der Wasserkuppe erarbeiten lassen. Die Gesamtverantwortung für die Liegenschaft als Eigentümer liegt beim hessischen Finanzministerium. Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie liegen seit November letzten Jahres vor. Das Grönhofhaus ist ein Teil des Gesamtkomplexes, der untersucht wurde. Ein Teil dieses Gebäudes wird von der Kreisverwaltung Fulda genutzt, die dort die hessische Verwaltungsstelle des Biosphärenreservates Rhön untergebracht hat. Ebenfalls dort untergebracht sind der Verein Rhöner Durchblick e.V. mit seinem Regionalladen und in Bürogemeinschaft mit der Verwaltungsstelle der Verein Natur und Lebensraum Rhön e.V. Der größere Teil des Hauses und die übrigen Gebäude der ehemaligen Kasernen werden von einer Jugendbildungseinrichtung genutzt. Der gesamte Gebäudekomplex befindet sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Teile sind aus Sicherheitsgründen bereits gesperrt. Der Landkreis Fulda verfolgt im Rahmen seines Masterplans für die Wasserkuppe eine Aufwertung des Standorts, die seiner überregionalen Bedeutung gerecht wird. Hierzu gehören auch die denkmalgerechte Sanierung, die energetische Ertüchtigung und bessere räumliche Ausnutzung. Als die für das Biosphärenreservat fachlich zuständige Ministerin bin ich sehr daran interessiert, dass die Verwaltungsstelle dort ordentlich untergebracht ist, nach Möglichkeit in einem Gebäude, das modernen Umweltstandards entspricht und das geeignet ist, den mit der Anerkennung als Biosphärenreservat des UNESCO verbundenen Umweltbildungsauftrag zu erfüllen. Aus den genannten Untergründen unterstütze ich das Anliegen des Landrats des Landkreises Fulda. Wir haben zunächst vereinbart, mit einer Machbarkeitsstudie die bestehenden Möglichkeiten für eine Verbesserung der unbefriedigenden Situation zu untersuchen. Die Ergebnisse der Studie zeigen auf, wie eine Instandsetzung des Gebäudekomplexes mit Optimierung der Nutzung erfolgen könnte und welche Sanierungs-, Um- und Ausbaumaßnahmen auch unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes erforderlich sind. Der Landrat ist derzeit im Gespräch mit der Jugendbildungseinrichtung, um deren Einschätzungen zur Behebung der baulichen Mängel im Rahmen einer für die Einrichtung wirtschaftlich tragfähigen Lösung zu erkunden. Sobald das Ergebnis vorliegt, wird zu klären sein, ob weitergehende Planungen erfolgen und wie gegebenenfalls eine Finanzierung der Kosten darstellbar ist. Das war es. Danke schön. Frage 527, Frau Abg. Ypsilanti. Herr Kollege Krummbach übernimmt. Bitte schön. Ich frage die Landesregierung, wie setzte die EU-Verfahrensrichtlinie 2013-32 EU und die EU-Aufnahmerichtlinie 2013-33 EU, denen zufolge allen Asylsuchenden der Zugang zu einer unabhängigen Verfahrens- und Rechtsberatung zu gewähren ist und Asylsuchende über solche existierenden Beratungsangebote zu informieren sind in den einzelnen hessischen Erstaufnahmerichtungen für Asylsuchende um. Herr Sozialminister Grüttner. Herr Abgeordneter, der Asylsuchende wird bei der Registrierung im Rahmen der Aufnahmeformalitäten mithilfe von Dolmetschern über seine Rechte informiert. Die Asylsuchenden erhalten unter anderem mit einem Merkblatt die Information, dass es sich von den auf dem Gelände der hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen befindlichen nichtstaatlichen Organisationen der Flüchtlingsberatung des Evangelischen Dekanats Gießen und Amnesty International zum Asylverfahren beraten lassen können. Die Asylsuchenden werden zudem darüber informiert, dass sie die Unterstützung der Migrationsberatung des Diakonischen Werks Gießen e.V. und des Migrationsdienstes des Caritasverbandes Gießen e.V. in Anspruch nehmen können. Sofern die Personen einen Rechtsbeistand wünschen oder benötigen, können sie sich an jeden niedergelassenen Rechtsanwalt wenden. Auch über diesen Umstand werden Asylbewerber informiert, begehren Asylsuchende eine anwaltliche Beratung. So können sie sich jederzeit an die Sozialarbeiter in den Einrichtungen vor Ort wenden, die ihnen sodann mehrere Anwaltskanzleien oder andere Anlaufstellen zur Auswahl benennen. Zunächst eine Zusatzfrage des Kollegen Merz. Herr Minister, in den Außenstellen der hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen, in denen sich eigene Außenstellen des BAMF befinden, auch eine unabhängige Verfahrensberatung gewährleistet bzw. ist auch an anderen Standorten außer Gießen, eine unabhängige Verfahrensberatung vor Ort. Herr Sozialminister. Die Informationen darüber erhalten die Asylsuchenden an jedem Standort. Nicht an jedem Standort gibt es eine entsprechende Beratungsstelle des Caritasverbandes oder der Diakonie. Aber die Hinweise auf die anwaltliche Beratung findet an jedem Ort statt. Darüber hinaus, deswegen werde ich auch gleich diese Sitzung verlassen müssen, ist heute der Präsident des BAMFs in Gießen, um gemeinsam mit mir darzustellen, das neue Bearbeitungs- und Ankunftszentrum darzustellen. In Zukunft werden alle Asylsuchenden in Gießen registriert und auch dort entsprechende Bearbeitungen vorgenommen. Das heißt, die werden auch eine Zeitlang in Gießen bleiben, bis die Formalitäten beendet sind. Insofern haben diese dann unmittelbar den Zugang auch zu den Organisationen vor Ort. Die Möglichkeiten waren ansonsten nur durch Transport nach Gießen gegeben oder entsprechend durch Beratung von niedergelassenen Anwälten in der Region. Nächste Zusatzfrage, Herr Kollege Grumbach. Herr Minister, ist Ihnen bekannt, ob es in der Ersteinnahme auf Einrichtungen in Fächenheim wegen Raumbedarf Beratungsprobleme gibt? Herr Sozialminister. Herr Abgeordneter, das kann ich Ihnen momentan nicht sagen. Ich gehe aber der Frage nach. Zusatzfrage, Frau Kollegin Schott. Herr Minister, wie kann die unabhängige Rechtsberatung von Flüchtlingen sichergestellt werden, die mittellos sind? Es gibt einen Anspruch auf diese Rechtsberatung, und im Zweifel werden die entsprechend entstehenden Kosten auch von dem Kostenträger, nämlich dem Land, übernommen. Jetzt könnte nur noch Herr Grumbach. Erledigt. Okay, danke schön. Es gibt ein paar Regeln, die halten wir noch ein. Danke schön. Ich rufe auf die Frage 528, Herr Abg. Ravensburg. Ich frage die Landesregierung. Wird im Zuge der geplanten Erneuerung der Bahnhöfe in Wabern und Borken entlang der Main-Weser-Strecke Kassel-Frankfurt am Main ein behindertengerechter Umbau der Bahnsteige und Zuwege gewährleistet? Herr Wirtschaftsminister Al-Wazir. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, ja, für die Bahnhöfe Wabern und Borken wird ein behindertengerechter Umbau der Bahnsteige und Zuwege gewährleistet. Es sind nach aktuellem Sachstand für uns keine Hindernisse erkennbar, die im Abschluss der jeweiligen Finanzierung entgegenstehen. Für Wabern ist eine Finanzierung nach der Rahmenvereinbarung Bahnhofsmodernisierung und für Borken eine Finanzierung nach dem Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes vorgesehen. Die Planung für Wabern sieht für alle drei Bahnsteige eine barrierefreie Erschließung mit Aufzügen vor. Mit der abgestimmten Bahnsteighöhe von 55 cm über Schienenoberkante für alle Bahnsteige ist der Einstieg in die Züge der dort verkehrenden Linien dann vollständig barrierefrei. Der barrierefreie Umbau dort ist Bestandteil der Rahmenvereinbarung Bahnhofsmodernisierung und soll hierüber vom Land Hessen gefördert werden. Ein entsprechender Förderantrag der Deutschen Bahn Station und Service AG befindet sich in der Abstimmung zwischen Hessen Mobil und der Deutschen Bahn. Bereits Ende Januar 2016 hat die Gemeindevertretung in Wabern dem Finanzierungsvertrag, der einen Bau- und Planungskostenzuschuss der Gemeinde vor sie zugestimmt. Der Baubeginn soll laut Deutsche Bahn Station und Service Mitte des Jahres 2016 erfolgen. Die Inbetriebnahme der gesamten Maßnahme ist nach derzeitiger Zeitschiene für 2018 geplant. Der Bahnhof Borken wird von der Bahn AG mit Mitteln der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung des Bundes ausgebaut. Die vollständige barrierefreie Erschließung war bisher noch nicht gesichert, da es sich um eine kleine Verkehrsstation unter 1.000 Ein- und Aussteiger handelt. Daher haben wir den Bahnhof in Abstimmung mit dem Verkehrsverbund und der DB für das vom Bund zusätzlich aufgelegte Zukunftsinvestitionsprogramm für die Barrierefreiheit kleiner Schienenverkehrsstationen angemeldet. Auch dort sollen zwei Aufzüge neu gebaut werden. Die Bahnsteighöhe für den Haus- und Mittelbahnsteig wird 55 cm über Schienenoberkante liegen. Damit ist sowohl der Zugang zu den Bahnsteigen mittels Aufzügen als auch der Einstieg in die Züge der dort verkehrenden Linien vollständig barrierefrei. Die Deutsche Bahn sieht den Baubeginn für 2018 vor. Vielen Dank. Dann haben wir noch die Frage 529. Herr Abg. Heinz. Ich frage die Landesregierung, welche Maßnahmen ergreift sie, um junge Menschen für den Polizeiberuf zu gewinnen? Herr Innenminister Beuth. Herr Abg. Dietz, auch im Jahr 2016 wird für die hessische Polizei mit einem Personalwerbekonzept gezielt für den Polizeiberuf geworben. Es werden Werbemaßnahmen für verschiedene Zielgruppen durchgeführt, die trotz unterschiedlicher Gestaltungen durch ein zentrales Leitmotiv als zusammengehörend erkennbar sind. Die Werbekampagne erfolgt mit ständiger in unregelmäßigen Abständen über mehrere Monate dauernde Präsenz des Arbeitgebers Polizei Hessen in der Öffentlichkeit. Dies wird erreicht, indem über die unterschiedlichen Medien hessenweit Werbemaßnahmen veranlasst werden. Die darf ich Ihnen wie folgt kurz darstellen. Wir haben City-Light-Poster in verschiedenen Städten, animierte Ausstrahlung über Info-Screen-Wände in diversen Bahnhöfen, Big-Banner und Ground-Poster, Heckflächen von Bussen als Werbeflächen, Werbeanzeigen in Studenten- und Abizeitungen, Radiospots, hessenweite Veranstaltungen wie unter anderem die Nacht der Bewerber, in denen Informationen über Polizeiberufe in Hessen präsentiert werden, Einrichtungen von einer Facebook-Seite, Polizei Hessen Karriere. Wir haben die Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit. Wir haben Präsenz bei den Online-Messen wie Azubicon und Rhein-Main-Presse. Wir haben Werbung auf dem Hessentag, Info-Veranstaltungen durch die Einstellungsberater der hessischen Polizei, Ausstrahlung eines Kinospots, der den Polizeiberuf in Hessen darstellt, die Kampagne zur Information für Menschen mit Migrationshintergrund und ohne deutsche Staatsangehörigkeit über den Polizeiberuf in Hessen und die Einrichtung eines Instagram-Accounts und eines YouTube-Channels. Daneben wird die Zusammenarbeit der Einstellungsberaterinnen und Berater in den Polizeipräsidien mit Sportvereinen und sportlichen Sympathie- und Werbeträgern in Zusammenarbeit mit den Migrationsbeauftragten sowie der Kontakt mit ausländischen Einrichtungen, z.B. Kultur- und Elternvereine oder Konsulate weiter fortgeführt. Bei der Suche nach Nachwuchs geht die hessische Polizei seit Anfang des Jahres neue Wege. Um das Bewerbungsverfahren für junge Menschen noch attraktiver zu machen, gibt es im Zeitalter von Social Media ab sofort die Möglichkeit, die Bewerbung für den gehobenen Polizeivollzugsdienst größtenteils online einzureichen. Die Online-Bewerbung ist der zeitgemäße und kurze Weg zu einem Job bei der hessischen Polizei. Jetzt können Bewerbungen noch schneller bearbeitet werden, und der Dialog mit den interessierten jungen Frauen und Männern startet früher. Die Online-Bewerbung beginnt mit der ersten Phase eines zweistufigen Verfahrens, dessen Ziel ein letztendlich papierloses Bewerbungs- und Auswahlverfahren ist. Überdies ist ein vereinfachtes Bewerbungsverfahren in Vorbereitung, um Interessentinnen und Interessenten die Bewerbung weiter zu erleichtern. Ziel ist, neben der zeitnahen Durchführung der Eignungsauswahlverfahren die Gewährleistung frühzeitiger Einstellungszusagen für erfolgreiche Bewerberinnen und Bewerber sicherzustellen. Darüber hinaus wird sich künftig die hessische Polizei intensiver um Bewerberinnen und Bewerber mit einem mittleren Bildungsabschluss bemühen. Diese müssen jedoch vor ihrer Einstellung noch an einer Fachoberschule die Fachhochschulreife erwerben. Hierzu wird die hessische Polizei enger mit den hessischen Fachoberschulen zusammenarbeiten, gezielte Werbemaßnahmen durchführen, sowie für die besondere Zielgruppe Unterstützungsmaßnahmen anbieten, um den Zugang zum Polizeiberuf zu erleichtern. Hierdurch kann auch der Anteil der Bewerberinnen und Bewerber mit Migrationshintergrund weiter erhöht werden. Herr Kollege Kummer, Sie haben eine Zusatzfrage. Herr Minister, die von Ihnen eben geschilderten Werbemaßnahmen, wie passen Ihrer Meinung nach dazu die Nullrunde im letzten Jahr bei der Bezügerhöhung der hessischen Beamtinnen und Beamten und die einprozentige beabsichtigte Bezügerhöhung in diesem laufenden Jahr? Herr Innenminister. Vielen Dank für Ihre Frage. Nach meinem Eindruck, den ich bei den Einstellungszahlen im gehobenen Polizeivollzugsdienst im vergangenen Jahr sowie in diesem Jahr, ist der, dass die Attraktivität des Polizeiberufs für die Anwärterinnen und Anwärter nicht nachgelassen hat. Insofern sehe ich dort keinen wesentlichen Zusammenhang. Herr Kollege Franz. Herr Staatsminister, sind die Einstellungskriterien abgesenkt worden, um auch künftig eine entsprechende Bewerberzahl erreichen zu können? Herr Innenminister. Nein, die Kriterien sind nicht abgesenkt worden. Noch eine Frage. Herr Abg. Warnecke. Ich darf die Hessische Landesregierung fragen. Begleiten im Bundesland Hessen sich selbst als Reichsbürger bezeichnende Personen öffentliche Ämterfunktionen oder Aufgaben? Herr Innenminister. Herr Abg. Warnecke, seit geraumer Zeit gibt es eine Vielzahl von Gruppierungen, Organisationen und Personenzusammenschlüssen, die sich Reichsregierung oder ähnlich nennen. Besonders im Internet sind derartige Informationen reichlich zu finden. So unterschiedlich derartige Gruppierungen auch sind, ist deren Argumentationsmuster jedoch immer das gleiche. Reichsbürger behaupten, Staatsangehörige des Deutschen Reichs zu sein. Sie berufen sich auf die Fortexistenz des Deutschen Reiches und erkennen somit die Bundesrepublik Deutschland als Staat sowie deren Rechtsstaatssystem und Staatsorgane nicht an. In Ihrer Vorstellung bestehe das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 fort. Die Weimarer Reichsverfassung vom 11. August 1919 sei weiterhin geltendes Recht. Dem freiheitlichen Rechtsstaat und dem Grundgesetz wird die Legitimation durch diese Menschen abgesprochen. Darüber hinaus wird beständig behauptet, ihre Existenz sei durch Gerichte und Behörden anerkannt. In Ihrer Fantasiewelt wird ein Reichskanzler gewählt. Es existieren Instanzen wie Reichspräsident, Oberste Gerichtshöfe, Reichspolizei sowie diverse Reichsminister. Zudem verwenden sie Briefköpfe mit Reichsadler etc. Bereits im Jahr 2013 hat daher das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen Hilfestellungen im Umgang mit Reichsregierungen und Reichsbürgern veröffentlicht. Aufgrund des sehr weit gefassten Wortlauts der mündlichen Anfrage ist jedoch eine vollumfängliche Beantwortung leider nicht möglich. Der erfragte Personenkreis umfasst nämlich unter anderem alle hessischen Gemeindevertreter sowie Stadtverordnete, Magistrats, Gemeindevorstandsmitglieder, Bürgermeister, Oberbürgermeister, Landräte, die gesamte hessische Landesverwaltung, den gesamten Bereich der Sicherheitsbehörden und der Feuerwehr. Zudem wäre eine vollständige Beantwortung nur möglich, wenn eine Liste mit allen Personen in Hessen, die sich Reichsbürger bezeichnen, existierte. Eine solche ist aber bisher nicht bekannt. Gleichwohl kann ich zumindest für den Bereich des Innenministeriums mitteilen, dass hier bisher keine Erkenntnisse darüber vorliegen, dass ein sogenannter Reichsbürger öffentliche Ämter, Funktionen oder Aufgaben wahrnimmt. Das würde im Grunde auch dem Verständnis dieser Personen widersprechen, da sie, wie bereits eingangs erwähnt, die Existenz der Bundesrepublik Deutschland schließlich leugnen und daher auch alle öffentlichen Organe und Einrichtungen für illegitim halten. Zusatzfrage, Herr Kollege Warnecke. Herr Staatsminister, vielen Dank. Wenn ich das richtig interpretiere, ist es so, dass Ihnen keine Unterwanderung der Bundesrepublik Deutschland durch Reichsbürger im Bundesland Hessen bekannt ist? Herr Innenminister. Nein, mir ist das nicht bekannt. Meine Damen und Herren, ich beende damit die heutige Fragestunde.